Der Montag beginnt mit regnerischem Wetter. Erst am Nachmittag hört der Regen auf und die Sonne zeigt sich aber den Rest des Tages nicht. Die Temperaturen liegen am Tag wie auch in der Nacht bei 11 bis 12 Grad. Auch der Dienstag ist regnerisch. Erst am Abend zeigt sich mal die Sonne. Das Ganze bei Temperaturen von 10 bis 13 Grad. Der Mittwoch ist ebenfalls durchwachsen mit Regenschauern und sonnigen Abschnitten. Am Donnerstag mehr Sonne als Wolken, es ist aber trocken und etwas wärmer.